Moin allerseits, ich bin Sven und heute gibt es den ersten Teil zu meinem Get Home Back, was die Ausrüstung angeht. Get Home Back trifft es bei mir nicht ganz. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ganz gerne so ein bisschen mein eigenes Ding mache und auch sehr gerne sehr modular unterwegs bin. Und so ist das auch hier der Fall. Also ich habe in dem Sinne nicht eine Tasche, die halt einfach fix so ist, wie sie ist, sondern ich habe das in mehrere Bereiche aufgeteilt. So wie ich das Ganze habe, denn ich sitze gerade auf der Box, die werde ich euch in einem der Teile auch vorstellen, wo alles drin ist, ist das für die meisten von euch sicherlich nicht praktikabel, muss man ganz ehrlich so sagen. Denn das ist schon ein ziemlicher Platzbedarf, den ich da habe. Allerdings ist es bei mir auch wirklich so, dass ich alles, was ich so mit dabei habe, einfach auch mit einem Doppelnutzen dabei habe. Wenn es diesen Doppelnutzen so in dieser Konstellation für mich nicht gäbe, dann hätte ich das sicherlich auch etwas abgespeckter. Wobei ich so einfach, ja wirklich wie aus so einem Baukastensystem mir die Sachen rauspicken kann, die ich eben brauche. Erster Teil sagt es schon, es gibt mehrere Teile. Dies hier wird jetzt der Teil zu der Ausrüstung sein, die ich habe in Bezug auf Outdoor und Camping. So, das habe ich so zusammengefasst. Der eine oder andere weiß es, dass ich auch in meinem Auto übernachte. Das ist also ein VW Caddy, da habe ich so einen Kastenwagen, da habe ich genug Platz drin, dass ich damit eben einfach auch campen gehen kann, Car Camping, wie man es ja jetzt so schön nennt. Sprich, ich kann in dem Auto schlafen und habe da so meine Ausrüstung, die ich dafür verwende. Und auch diese Ausrüstung findet sich natürlich hiermit wieder, sodass ich da einfach immer auch spontane Touren machen kann. So kann ich also diesen Teil der Ausrüstung dafür nutzen, dass ich beispielsweise eben im Auto übernachte und es mir da einfach bequem machen kann. Und einfach auf dem Campingplatz, irgendwo auf dem Parkplatz oder irgendwo JWD, ganz weit draußen, mir das einfach gemütlich machen kann und mein Auto einfach als mobiles Camp nutze. Ich kann aber genauso im Fall eines Falles, welcher das auch immer sein mag, ich möchte unbedingt irgendwo hin oder ich muss unbedingt irgendwo hin, mein Auto versagt. Ich komme irgendwo nicht durch, weil da beispielsweise irgendwas im Weg ist, was ich nicht entfernen kann oder dergleichen. Ich muss oder möchte aber unbedingt zu meinem Ziel hin, sodass ich bereit bin, das Auto zurückzulassen. Das ist natürlich immer so in der Notfallsituation ist es meistens besser, bei seinem Auto zu bleiben, vor allem, wenn ich alles da drinne habe. Aber gerade dieser Get-Home-Back-Gedanke ist ja einfach auch der, dass man irgendwo hinkommen möchte, dass es nicht nur reines ums Überleben geht, sondern dass man ein konkretes Ziel hat, das man eben erreichen möchte. Wenn das Ziel in einer Distanz ist, dass ich das zu Fuß erreichen kann, so was weiß ich, im 30-Kilometer-Rahmen oder wie auch immer, dann habe ich halt einfach hier auch eine Ausrüstung, dass ich mich mit meinem Rucksack auf den Weg machen kann. Und beispielsweise, wenn ich die Nacht über mal ruhen muss oder wie auch immer oder mich vor irgendwas schützen muss, schützen im Sinne von Regen oder was auch immer, sodass ich damit einfach losziehen kann, unterwegs sein kann und es mir unterwegs dann auch durchaus bequem machen kann. Also ich kann dann einfach mir einen Platz im Wald oder wo auch immer oder auf dem Boden suchen und mir ein Camp aufbauen, wo ich dann ruhen kann. Deswegen eben der Doppelnutzen, dass ich einmal eben im Auto, wenn ich übernachten möchte, als Camping, aber auch, wenn ich eben diesen Gedanken habe, ich möchte da und dahin. Dieser Rucksack ist der Kern von meinem Get-Home-Bag. Das ist also der, ja, das ist der Träger, sag ich mal, wo ich alles andere dran anbauen kann, sofern ich da eine Notwendigkeit für sehe. Und deswegen fange ich mit dem auch einfach mal an. Das Intro-Video, was ich dazu gemacht habe, das hat schon erklärt, was ein Get-Home-Bag ist, für welche Szenarien oder in welchem Rahmen oder in welchen Grenzen sich das Ganze bewegt oder bewegen kann. Das heißt, da will ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen. In dem anderen Video, da gab es keinerlei Ausrüstung. Hier liegt ganz klar der Fokus auf der Ausrüstung und hier wirklich das, was ich mit dabei habe. Und nochmal ganz deutlich gesagt, das ist kein Video, was euch sagt, oh, macht das so oder so ist das richtig, so ist das besser oder irgendwas. Das ist einfach nur, das zeigt euch, wie ich das mache. Aber auch ganz klar, wie gesagt, das braucht sehr viel Platz und wird für die meisten sicherlich nicht praktikabel sein. Aber vielleicht ist trotzdem die ein oder andere Idee mit dabei, die, ja, für euch, ja, einfach auf den einen oder anderen Gedanken bringen kann. Ich fange einfach mal mit einem an, was für mich immer in jedes Auto eigentlich reingehört und was ich schon zu dem Ganzen mitzähle. Das ist einmal eben zum Übernachten im Auto selber oder wenn ich länger ins Stau stecke, habe ich halt immer eine Wolldecke. Das wechselt auch mal, welche das ist, wenn ich die reinige, dann packe ich eine andere rein. Ich habe jede Menge Wolldecken, ich mag Wolldecken. Momentan habe ich eine, ja, von der Bundeswehr drinne und das gehört für mich auf jeden Fall mit dazu. Ob ich die unbedingt mit in den Rucksack tue, das hängt so ein bisschen davon ab, was ich eben vorhabe, denn die wiegt natürlich schon ordentlich was. Auch, ja, einfach für den Komfort und primär wirklich auch, wenn ich im Auto übernachte, da fange ich jetzt einfach mal mit an, mit den Sachen, die ich nicht unbedingt in den Rucksack packe. Also ich werde mit euch zusammen jetzt gleich sowieso den Rucksack packen, damit der einfach wieder zusammengepackt ist. Aber wenn ich im Auto penne, so, habe ich einfach nochmal so ein Kopfkissen. Das ist halt das von Thermarest, das kennt der eine oder andere von euch vielleicht. Das ist für Campingtouren, da hatte ich das damals geholt, aber das ist halt einfach schon ein ganz schönes Geschoss. Aber es ist im Auto natürlich, frisst es im wahrsten Sinne des Wortes kein Brot und ist einfach saugemütlich. Und wenn ich dann im Auto übernachte, habe ich einfach nochmal ein vernünftiges Kopfkissen und kann es mir da einfach bequem machen. In den Rucksack, wenn ich jetzt irgendwo hin müsste, würde ich es aber nicht mit hineintun. Als nächstes habe ich eine, ja, sehr alte tatsächlich schon Luftmatte. Das ist eine Thermarest, die hieß Venture oder irgendwas in der Richtung. Ja, ist halt einfach eine Luftmatte, 3,5 cm. Die ist auch nochmal tatsächlich entweder für das Auto, um da einfach nochmal mehr Komfort zu haben, wenn ich da auf dem Boden pennen, weil ich habe da kein Bett oder sowas drin, sondern es ist ganz schlicht, ich lege mich einfach auf die, in Anführungsstrichen, Ladefläche hin. Und da gibt mir eine Luftmatte nochmal so ein bisschen mehr Komfort. Und in Kombination mit dem, was ich so einem dabei habe, was ihr jetzt so nach und nach sehen werdet, ist das einfach ein super Paket, um es sich wirklich komfortabel zu machen. Kann ich aber auch genauso, wenn ich möchte, mit in den Rucksack tun. Als zusätzliche Isolation, gerade jetzt im Winter, ist das durchaus sinnvoll, denn auch die Hängematte, die ich dabei habe, die hat einen Einschub für eine Luftmatte, von daher passt das ganz gut. Die gute alte Baumarktplane ist natürlich ein Allrounder und eigentlich passt die in jedes dieser, ja, in jedes Video, was jetzt kommt. Denn zum einen ist es, wenn ich nochmal ein großes Lager brauche, mein Tarp ist ein relativ kleines, werdet ihr gleich sehen, wenn ich nochmal ein großes Lager haben möchte oder besonders robustes, weil Baumarktplane, das ist glaube ich eine 160 oder 180 Gramm pro Quadratmeter plane, also wirklich auch schon was ordentliches. Vielleicht sind es sogar die 200, ich glaube es sind eher 180. Aber das verwende ich natürlich genauso, wenn ich beim Carcamping, ich bleibe mal bei der Begrifflichkeit, mir noch zusätzlich zum Kofferraum, zur Kofferraumklappe noch ein größeres Vordach abbauen möchte. Das lässt sich hier super mit abspannen. Ist aber auch genauso gedacht im Falle eines Unfalles, um einen gewissen Sichtschutz herstellen zu können, gegebenenfalls. Ist aber auch natürlich genauso, wenn ich irgendwas einlade bei mir, was siffig ist und ich einfach mein Auto vollpacke, dass ich da irgendwas habe, was ich zum Schutz unten hinlegen kann, um einfach die Ladefläche zu schützen. Also auch dafür ganz klar. Und natürlich auch genauso, wenn ich einfach mich draußen hinlege und ich möchte nicht in der Hängematte pennen, sondern auf dem Boden, ist das natürlich nochmal ein prima Schutz, einfach um das auf den Boden zu legen und kann in dem Sinne auch direkt als Biwaksack, wenn ich möchte, wobei sehr, sehr dichter Biwaksack dann natürlich verwendet werden, indem ich einfach, weil es groß genug ist, das auf den Boden lege und mich dann quasi damit zudecke. Also so habe ich hier einfach ganz viele Dinge mit abgedeckt, die ich je nach Situation eben verwenden kann. Kern meines Get Home Bags ist mein Savota Jäger. Den habe ich schon viele, viele Jahre. Das ist auch noch der mit dem Lederpatch, mit dem schönen, den gebe ich auch nicht her. Den ich mittlerweile zum Buschkraften, Wandern und Co. nur noch ganz selten nutze, weil er immer im Wagen ist, aber der einfach so großartig ist, dass ich mich von dem nicht trennen möchte und der vor allem so extrem robust ist und so verlässlich und auch so komfortabel, dass ich den halt einfach super in der Verwendung finde als Notfallrucksack, als Get Home Back, weil ich den halt einfach richtig fies schwer beladen kann, wenn ich möchte. Ich kann ihn aber auch natürlich leichter verwenden. Für Buschkraft und Co. verwende ich ihn nicht mehr, weil er ein sehr hohes Eigengewicht mit sich bringt. Ich nicht immer den Hüftgurt brauche und der mir dann im Weg ist. Und so hat sich für mich einfach das Mission Pack oder das Milops 30 Pack einfach für meine Tracking, Wander, Buschkraft, wie man es nennen möchte, Touren, eher durchgesetzt, auf lange Sicht hingesehen zumindest. Aber wie gesagt, er zählt trotzdem einfach zu einem meiner absoluten Lieblingsrucksäcke, von denen ich mich aber nicht trennen möchte. Und in Sachen Robustheit ist es auch nach wie vor, wie ich es damals schon immer gesagt habe, ist Savota einfach an der absoluten Spitze. Also viel robuster als das wird es nicht. Ich überlege manchmal noch, ob ich mir diesen zusätzlichen Rahmen, den man sich holen kann, für diesen Rucksack hole. Das würde gerade in dieser Konstellation sehr gut passen. Wenn ich ihn tatsächlich mal sehr schwer beladen müsste, aus welchen Gründen auch immer, hätte ich da natürlich noch mal wesentlich komfortabler die Möglichkeit zu. Wer mich schon ein bisschen verfolgt oder ein bisschen länger kennt, den wird es nicht verwundern, dass ich natürlich die BW-Matte als Isomatte mit dabei habe. Das ist für mich einfach so die absolute Allzweckwaffe. Da sitze ich drauf, da schlafe ich drauf, da schlafe ich auch bei kälteren Temperaturen drauf. Die nutze ich in der Hängematte, die nutze ich auf dem Fußboden, die nutze ich für alles mögliche. Also eine BW-Matte habe ich wirklich in jedem meiner Rucksäcke mit drin. Und das ist so ein Teil der Ausrüstung, also ich habe vier, vier BW-Matten müsste ich irgendwie insgesamt haben. Ein Teil Ausrüstung, was ich wirklich immer mit dabei habe und was für mich einfach absolut mit dazugehört. Und so halt auch in dieser Konstellation. So, ich packe das einfach gleich mal direkt mit ein. Das ist dann nochmal ganz praktisch, dann ist das nämlich gleich wieder fertig, dass ich alles wieder ins Auto laden kann. Denn nichts ist schlimmer, als sich schöne Sets zusammenzustellen und dann festzustellen, dass man sie sonst wo liegen hat, aber nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Deswegen habe ich das nur für das Video jetzt einmal hier meine Wohnung hochgebracht. Denn im Auto war es einmal sehr, sehr warm, dadurch, dass ich die Schotten alle dicht haben muss, weil ich eigentlich nirgends wo einen Platz habe, wo nicht immer mal wieder Fahrradfahrer, Fußgänger oder sonst irgendwas vorbeikommen. Dann muss ich das mal wegpixeln, dann habe ich keinen Nerv drauf. Und hier habe ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, denn Kastenwagen gibt mir zwar die Möglichkeit zu schlafen da drin, aber es ist natürlich nicht wahnsinnig viel Platz. Und mit der Kiste, wie ihr euch vorstellen könnt hinter mir, ist natürlich auch die eine Hälfte des Kastens schon weitestgehend voll und die andere, die zum Liegen ist, das ist halt einfach die Fläche, wo ich liege. Kann ich zwar auch sitzen, habt ihr in meinem Intro-Video zum Get-Home-Back gesehen, aber es ist zum Videodrehen tatsächlich nicht ganz so komfortabel. In dem Get-Home-Back habe ich keinen Schlafsack oder diegleichen, sondern da habe ich den guten alten Poncho-Liner. Auch da, das meiste wird euch nicht überraschen, denn die meisten Sachen sind Sachen, die ich früher in Verwendung hatte, die ich früher sehr viel in Verwendung hatte, die für mein Buschkopf-Tracking, Wandern und Co. dann irgendwann durch andere Sachen ersetzt wurden, die vielleicht noch ein Tuck besser für diesen Zweck gepasst haben. Aber die Grundausrüstung ist einfach trotzdem so gut, dass ich mich von den Sachen nicht getrennt habe, sondern das ist so quasi Auszug, wo ich sage, okay, für den Zweck passt die nicht mehr, aber die ist noch so gut, dass ich mich nicht ganz davon trennen möchte. Und so ist vieles davon tatsächlich hier drin gelandet. Einfach aus dem Grunde, das kann ich auch immer nur sagen, wenn man sich so welche Sets zusammenstellt, ganz egal welche, ganz egal wo, dann sollte das immer Ausrüstung sein, die man kennt und mit der man umgehen kann. Es nützt euch überhaupt gar nichts, wenn ihr euch da einen Rucksack vollpackt und ihr kennt die Ausrüstung nicht. Ihr wisst nicht, ob ihr euch darauf verlassen könnt. Ihr wisst nicht, ob ihr damit umgehen könnt im Zweifel. Also das ist halt immer so das denkbare Blödeste, was man tun kann, dass man sich da irgendwelche neue, ungenutzte Ausrüstung reinpackt, ohne zu wissen, wie gut die eigentlich für welche Zwecke funktioniert. Also so ist alles, was hier drin ist, letztendlich gebraucht, von mir gebraucht und einfach alles Ausrüstung, die ich kenne, mit der ich mich auskenne und mit der ich eben umgehen kann. So und wo ich einfach vor allem auch die Grenzen kenne und weiß, in welchem Rahmen ich das wie verwenden kann. Poncho Liner habe ich schon unzählige Nächte drin verbracht. Das ist einer von zwei, den ich habe. Einen habe ich halt bei meiner normalen Kernausrüstung. Wenn ich draußen pennen, weil ich da den Poncho Liner auch wahnsinnig gerne nutze, weil er halt einfach auch sehr, sehr modular ist. Die Modularität ergibt sich nämlich aus dem Poncho. Das ist jetzt der von Helikon. Ich habe euch alles, in jedem Video alles, verlinke ich euch und packe das unten in die Infobox, wenn euch da irgendwas interessiert. Schaut da so gerne rein, wenn ihr irgendwelche Sachen nochmal genaue Maße oder irgendwelche Informationen dazu haben möchtet. Ich möchte jetzt nicht bei allen Sachen so super tief ins Detail gehen, sonst artet das aus. Und da könnt ihr einfach reingucken. Ja, da steht alles drin. Ich finde ein Poncho einfach praktisch, sei es, um sich da ein Notfalllager draus zu bauen, aber auch, um halt einfach einen Regenschutz zu haben vernünftiger. Und bei dem hier, das ist so quasi nach dem US-Poncho-Vorbild von den Abmessungen her, das ist wichtig, denn dann ist der perfekt, mit dem Poncho-Liner zu koppeln. Kann man zum Beispiel auch die von Milltech nehmen. Die sind auch okay, finde ich. Nicht die ganz billigen, aber die mittleren, da habe ich tatsächlich einen. Da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Funktioniert tipptopp. Und da ist halt auch einfach das Format wichtig. Der lässt sich mit dem Poncho-Liner koppeln. Und das ist immer was, wo ich bei den Ponchos drauf achte, die ich da dann in Kombinationen verwende. Denn so kann man sich natürlich noch mal eine zusätzliche Schicht hinzufügen. Diese zusätzliche Schicht hier in dem Falle schützt vor Regen, bringt aber noch mal ein paar Grad mehr an Temperatur, um sich da eben vor Kälte schützen zu können. Auch hier greift wieder absolut die Modularität. Und zwar, das ist eigentlich in einem anderen Video, also nicht in einem anderen Video, aber in einem anderen Teil dieser Auflistung, ist noch mal diese Survival-Decke mit drin. Ja, ist einfach so, das ist letztendlich auch so eine Plane. Aber die ist von innen, ich zeige euch das mal eben kurz, also ihr werdet manche Sachen gegebenenfalls doppelt sehen in den verschiedenen Teilen, denn sie, wie gesagt, haben alles eine unterschiedliche Funktionen, damit es einfach alles möglichst modular bleibt. Das ist halt von innen beschichtet, mit Alu einfach, was auch immer. Auf jeden Fall reflektiert das die Körperwärme zurück. Und auch hier ist einfach schön, dass das die Formate vom Poncho-Liner hat. Ich habe euch schon mal ein Video dazu gemacht, die Ranger Roll, wie man Poncho-Liner, dieses hier und den Regen-Poncho koppelt und sich dann halt ein Schlaf-Setting bauen kann, wo man auch im Winter problemlos mit übernachten kann. Da habe ich im zweistelligen Minus-Bereich mit geschlummert und im wahrsten Sinne des Wortes wirklich geschlummert, denn es war angenehm warm, weil man hat einmal die Schicht vom Poncho-Liner, das ist das, was auf der Haut ist, das ist auch wichtig. Dann hat man diese Schicht hier, die reflektiert alles, was an Körperwärme rausgeht, reflektiert die wieder zurück. Das ist natürlich sehr dicht, das heißt, ihr habt gegebenenfalls ein bisschen Kondens, dadurch, dass der Poncho-Liner aber auf eurer Haut ist, geht die Feuchtigkeit dort rein und ihr habt nicht irgendwie ein klammiges Gefühl. Und außenrum nochmal das hier als zusätzlichen Windschutz, um das Ganze nochmal zusätzlich abzuschließen, da habt ihr wirklich ein sehr, sehr modulares System. Das heißt, wenn ich im Winter plötzlich in die Situation komme, dass ich irgendwo hin muss und spontan draußen übernachten muss oder will, wie auch immer und warum auch immer, würde ich entweder die Wolldecke mitnehmen, wenn ich jetzt nur das mit dem Rucksack und dann schnelle einfach die Wolldecke unten drunter. Die mag ich noch lieber. Ich bin Wolldecken-Fan, das wisst ihr. Wenn ich aber ein bisschen auf Gewicht achte, dann würde ich das hier mitnehmen und so einfach nochmal ein bisschen Gewicht und Platz sparen und hätte damit genauso eine hervorragende Möglichkeit, meine Wärme zu halten in der Nacht. Aber diese Survival-Decke, wie auch immer man sie nennen möchte, ich habe da keinen coolen Namen für, die ist nicht fester Bahnstandteil in dem Rucksack, weil ich die halt einfach an einer anderen Stelle habe und die für mich zu einem anderen Bereich vorrangig zugehört. Aber ich da die Multifunktionalität einfach nutze, dass ich es auch hier verwenden kann. Als nächstes, da haben wir eine Hängematte. Das ist eine Amazonas, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt, die Thermo, irgendwas mit Thermo, ich glaube Adventure, wie gesagt, guckt in die Infobox. Das ist auf jeden Fall die, wo man so einen Einschub hat, wo man eine Luftmatte mit reinschieben kann. Das ist einfach ganz praktisch, weil ich da halt entweder eine Luftmatte reinschieben kann, ich kann da aber auch meine BW-Matte reinschieben. Auf jeden Fall habe ich halt eine Hängematte, mit der ich gemütlich draußen schlafen kann. Da drin ist auch direkt die Aufhängung. Warum so ein komischer Plastikbügel? Ich habe da keine Verpackung für. Der Packsack von den Amazonas Hängematten ist scheiße. Also ich finde den einfach nicht gut. Der ist meistens ein bisschen zu klein und geht mir in der Regel in Nullkommanix kaputt. Die Matten sind hervorragend, aber ich nutze die Packsäcke halt nicht. Und ich hatte noch so einen Plastikbügel über und da habe ich das einfach rein, denn es ist wasserfest. Plastikbügel kann man ohne WS immer mal gebrauchen. Und so habe ich da auch wieder mehrere Sachen in Eins, so dass ich da eine Hängematte mit dabei habe, wenn ich auch im Sommer beispielsweise gemütlich draußen übernachten möchte und sage, hey, ich habe jetzt einfach Bock auf schöne Hängematte oder ich bin einfach irgendwo und möchte den Nachmittag draußen verbringen und es einfach gemütlich haben. Hängematte ist hier nicht ein großer Fan. Aufhängung ist hier mit drin. Das sind die Whoopies-Links, so dass ich die, kennt ihr auch alle, so dass ich da wirklich auch spontan einfach eine gemütliche Hängematten-Session machen kann. Und sei es, dass ich Siesta mache, weil es einfach viel zu warm ist und ich gerade nichts mehr machen möchte, außer irgendwo in der Hängematte zu liegen. So geht es mir im Übrigen jetzt auch gerade, weil es ziemlich heiß ist. Kommen wir zum nächsten. Das ist auch ein alter Bekannter. Und zwar ist das mein Hobo-Kocher. Und zwar der gute alte Savotta Happy Stove. Der begleitet mich jetzt auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und auch hier schätze ich dieses simple und super robuste von Savotta. Für meine normalen Touren hat er sich nicht auf Dauer durchgesetzt, weil die Bushbox wirklich deutlich besser ist. Die Bushbox zieht einfach wesentlich besser, auch durch den doppelten Boden, generell durch die Konstruktion. Also das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz macht der Happy Stove einmal sehr viel Spaß und er funktioniert natürlich auch zuverlässig. Man muss ein bisschen mehr pusten und ein bisschen mehr darauf achten, wie man ihn verwendet und so. Dann funktioniert der als Hobo-Kocher genauso prima. Aber die Bushbox ist einfach nochmal zweiklassener drüber. Das ist, wie gesagt, ohne Frage. Deswegen ist halt der Happy Stove nicht mehr Teil meiner regulären Ich-bin-draust-unterwegs-Ausrüstung. Aber halt immer noch so super, dass ich den definitiv hier in diesem Set mit dabei haben möchte. Ich wollte in diesem Set ganz gerne einen Hobo-Kocher haben, denn wenn irgendein Fall XY auftreten soll, T, dann möchte ich auch ganz gerne die Option haben, ein Feuerchen zu machen. Natürlich könnt ihr auch ein Lagerfeuer machen, aber ich finde einfach einen Hobo-Kocher, wenn ich mir einfach nur mal ein kurzes Wasser zum Kochen bringen muss oder so, ist halt eine super Option. Und da habe ich immer Brennstoff, weil ich ungerne einfach, ich habe ein paar SB-Tabletten, das werde ich noch sehen, aber ansonsten will ich ungern irgendwie, was weiß ich, eine Gaskartusche oder einen Lider-Spiritus oder sowas in meinem Wagen rum transportieren. Da habe ich irgendwie kein gutes Gefühl bei. Mag Quatsch sein, aber bis auf SB-Tabletten habe ich da nichts drin. Und da ist natürlich ein Hobo-Kocher sehr, sehr praktisch. Die SB-Tabletten kann ich zur Not auch als Anzünder nutzen, wenn es richtig feuchtes Holz hat oder dergleichen. Da kriege ich alles mit in Gang. Da habe ich jetzt kein extra sonst was an Kit, um Feuer zu machen. Ich habe ein paar Feuerzeuge im Auto selber. Ich habe, wie ihr gleich sehen werdet, hier auch nochmal einen Feuerstall mit drin. Das heißt, da habe ich also die Möglichkeit dazu. Und wenn ich Wasser abkochen muss oder wenn ich einfach Wasser kochen möchte, um mir was zu essen zuzubereiten, dann nutze ich halt einfach wahnsinnig gerne einen Hobo-Kocher. Und deswegen ist der Happy Stove halt hier reingelandet. Wasser und Kochen habe ich jetzt schon mal angefangen. Was ich hier natürlich auch drin habe, ist ein Wasserfilter. Denn Wasser ist natürlich essentiell. Ich habe auch was mit dabei, werdet ihr nachher noch sehen, also in einem der anderen Videos. Aber ich möchte auch da gerne einen Wasserfilter mit dabei haben, damit ich halt einfach mir unterwegs gegebenenfalls was zapfen kann. Wie viel Optionen man da tatsächlich zu hat, das muss man wirklich schauen. Denn gerade im urbanen Bereich hat man natürlich selten Gewässer, die man da wirklich guten Gewissens nutzen kann. Da natürlich sehr, sehr viele Gewässer einfach sehr, sehr belastet sind von Chemikalien, von Düngemittel und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz wollte ich auf jeden Fall einen Wasserfilter mit dabei haben. Ich habe hier halt den Sawyer, der halt einfach auf die PET-Flaschen auch mit drauf passt. Das finde ich sehr, sehr praktisch und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich den mit dabei habe und den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren nutze. Der Sawyer und der Grail, das sind meine Hauptwasserfilter. Der Sawyer ist einfach super, weil er kaum Platz braucht, auch wirklich solide funktioniert und auch super leicht ist. Also es ist einfach ein Wasserfilter, den ich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr schätze und deswegen ich den halt auch hier in diesem Setting mit drin haben wollte. Wenn der in Verwendung gewesen ist, natürlich, dann nehme ich den da raus und trockne den erstmal vernünftig. Das heißt, ich lasse dann den nicht feuchter drin, dass der so schön vor sich hinschümmelt oder im Winter dann vielleicht mal Frost abkriegt, weil dann bringt mir der Wasserfilter natürlich gar nichts mehr. Deswegen, sobald der mal in Verwendung war, kommt er auf jeden Fall mit raus, um ihn wieder vernünftig zu trocknen und erst dann, wenn er vernünftig durchgetrocknet ist, kommt er wieder in das Set rein. Wenn man Wasser hat, wenn man Wasser abkochen möchte oder gleich braucht man dafür natürlich auch Behältnisse und wenn ich mir spontan draußen was zu essen machen möchte oder gleich ebenfalls, da habe ich ja sogar ein sehr komfortables Set insgesamt, nämlich mein gutes altes Stanley Set. Das gibt es in der Form, soweit ich weiß, in Deutschland nicht mehr zu kaufen. Das ist halt das schöne Set, da habe ich auch vor ewig langen Jahren mal ein Video zu gemacht tatsächlich. Da habe ich einmal eben DSB-Tabletten drin, einfach nur als Notfalloption. Die kann ich auch einfach in den, wenn ich mir einfach nur einen Kaffee machen möchte zum Beispiel, kann ich dir einfach die Tablette in den Happy Stove packen, stelle das hier oben drauf und kann mir da einfach einen Kaffee machen. Zum Beispiel, ich habe auch noch einen Becher mit dabei. So, einfach auch wieder aus dem Doppelnutzen heraus, nicht Notfallgedanke, obwohl Kaffeedurst manchmal durchaus ein Notfall ist, sondern einfach nur, ich möchte mir einen Kaffee machen, ich möchte einen gemütlichen Nachmittag draußen verbringen. Ich mag diesen Topf wahnsinnig gerne. Der hat sich auch für meinen, auf Dauer nicht für mein normales Draußensein so bewährt. Ich nutze ihn immer mal wieder dafür, weil ich den einfach so gerne mag und den gerne verwenden möchte. Aber auf Dauer ist es einfach nicht der, den ich für draußen so verwende. Aber deswegen ist es halt auch wieder so ein Teil Ausrüstung, was ihr, wenn ihr mich schon länger verfolgt, einfach schon kennt, weil ihr es schon zigmal bei mir in Verwendung gesehen habt, über die Jahre hinweg. Aber es ist für mich in diesem Set so besser aufgehoben als in meiner normalen Ausrüstung. Das gleiche gilt für den guten alten Tatonka Mac und die Nalgene Edelstahlflasche. Ist halt auch wieder genau die gleiche Sache. Es ist, ich nutze, ihr seht es, ich nutze wahnsinnig gerne jetzt gerade das hier auch in Kombination mit dem X-Boil, wobei ich da tatsächlich für den Kaffee und für das Kaffeeset doch wieder auf Titan umgeschwenkt bin. Das ist bei mir immer so ein Hin und Her irgendwo. Aber wenn ich wirklich mal gerade im Sommer sehr, sehr leicht unterwegs sein möchte, ist so ein kleines Titanenset nicht schlecht, wobei ich Titan wirklich ausschließlich zum Wasserkochen nutze und zum Kaffee trinken. So, da finde ich es okay. Zum Kochen mag ich es einfach nicht so gerne. Da mag ich Edelstahl einfach lieber. Die Nalgene Flasche habe ich hier drin, weil sie halt einfach absolut robust ist und einfach absolut zuverlässig. Die kann ich halt auch einfach auf den Hobokocher packen, wenn ich mir Wasser abkochen möchte. Wie auch immer. Also damit kann man alles machen. Die ist absolut kugelsicher. Die ist extrem robust. Deswegen mag ich sie sehr, sehr gerne. Die ist halt auch ganz schön schwer und für die meisten Buschkraftwanderer und Co-Touren brauche ich halt einfach nicht dieses Geschoss an. Es ist halt auch immer so ein Hin und Her. Wie gesagt, es ist Ausrüstung, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch immer wieder verwende und auch immer wieder in meiner normalen Ausrüstung verwende, wo ich dann aber nach der Zeit immer wieder sage, ja, okay, aber das und das und das nervt dann doch. Aber trotzdem mag ich die Sachen so sehr, dass sie halt einfach bleiben, weil sie einfach gut sind. Und so landet es hier drin, weil es einfach maximal robust ist und maximal zuverlässig. Das kann man zu beiden sagen, also eigentlich zu allem, was hier drin ist und den Rucksack selber auch. Und deswegen passt das so gut für mich in dieses Set. Was für mich auch absolut in dieses Set reingehört, sind Arbeitshandschuhe. Das möchte ich einfach mit drin haben. Einfach nochmal so ein einfaches Set Lederhandschuhe, die ich hier drin habe. Die habe ich auch, die sind nicht mehr hundertprozentig, aber noch gut genug, dass ich sie noch lange verwenden kann. Ich habe mir das gleiche Paar nochmal geholt, weil die echt gut sind. Aber wenn ich halt einfach irgendwas werkel, irgendwas mache, irgendwas, ne, dann möchte ich halt ganz gerne einen Schutz haben für die Hände. Da habe ich noch weiteren Schutz fürs Gröbere. Aber ich wollte halt auch für diesen Zweck in diesem Rucksack einfach nochmal was haben, um meine Hände zu schützen, wenn ich da einfach nur mit dem Messer zum Beispiel im Gange bin. Oder halt einfach auch, um die Hände etwas wärmer zu haben. Deswegen wollte ich unbedingt nochmal ein paar Lederhandschuhe in diesem Set mit drin haben. Wir nähern uns jetzt auch so langsam tatsächlich schon dem Ende. Gehen wir zum nächsten nochmal hin. Das kennt ihr auch seit, ich glaube, sieben Jahren mittlerweile. Das ist mein gutes, altes Desmanion Tiger Basher. Es gab eine Zeit, da hat Desmanion Tiger ein Tarp bzw. Basher hergestellt und ich bin froh, dass ich das im Ausverkauf noch gekauft habe damals. Wie gesagt, vor sechs oder sieben Jahren und es wird nicht mehr produziert. Also es gibt durchaus so ein paar Sachen, die ich habe, die einfach nicht mehr produziert werden, was sehr schade ist und gerade dieses Tarp ist eines, was ich wahnsinnig gerne verwende. Aber auch hier wieder genau das gleiche Prinzip. Ein Stück Ausrüstung, das ich sehr, sehr schätze. Für die normalen Touren bin ich da aber auf umgeschwenkt, dass ich einfach meinen DD-Tarp habe, was dreimal drei Meter hat und ich habe das Tech-Gear-Tarp, was einen kleinen Tuck größer ist als dies hier und einfach auch noch einen Tuck robuster, was für mein Bodensetting mir noch besser gefallen hat. Vor allem mit dem schwarzen Innenbereich habe ich, weiß ich gerade gar nicht, ob ich euch mein Tech-Gear-Tarp mal gezeigt habe. Bei Interesse, haut das mal in die Kommentare, ob ich da ein Video zu machen soll. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, da habe ich keins zu gemacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, auch ein Stück Ausrüstung, was mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich mir ein gemütliches Bodenlager mitbauen kann und mich halt eben auch vor Regen schützen, oder aber mit der Baumarktplane habe ich so die Möglichkeit, mir wirklich verschiedenste Arten von Lagern aufzubauen oder auch das hier mit an meinem Wagen zu befestigen, um mir ein Vordach zu bauen. Also da sind einfach wahnsinnig viele Optionen drin. Natürlich, gleich hier mit bei, habe ich einmal vier Stücken Paracord, die sind jeweils drei Meter lang und ich habe hier nochmal 20 Meter extra Paracord, weil Schnur kann man nie zu viel haben und manchmal muss man seinen Tarp ganz komisch abspannen und deswegen habe ich das immer nochmal mit drin, dass wenn ich das einfach brauche, ich da nicht irgendwie nach suchen muss, sondern dass es gleich da ist, wo ich es eben haben möchte. Natürlich, wer hätte es gedacht, in so einem Set möchte ich auch ganz gerne Messer haben. Beim Messer ist immer so eine Sache, grundsätzlich reicht ein Messer aus. Ich habe gerne eine gewisse Auswahl und zwar aus ganz praktischen Gründen heraus, weil unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Messer, anders gesagt, und unterschiedliche Messer sind für unterschiedliche Zwecke einfach besser oder schlechter geeignet. Brauche ich zum Beispiel irgendwas, was halt gut mit Holz oder in Holz sich reinbeißt oder sich gut mit schneiden lässt, dann will ich ein Scandi haben. Natürlich kann auch ein Flachschlifters, aber ein Scandi ist da einfach von Vorteil. So, also da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe hier zwei Einmesser, was mich auch schon seit wahnsinnig vielen Jahren begleitet. Das habe ich jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren, vielleicht sogar schon, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war blind bei meinen ältesten Gegenständen, mir bei vielleicht auch schon 15. Keine Ahnung. Das verschwimmt immer sehr, gerade wenn man den ganzen Kram schon so lange macht. Das ist auf jeden Fall ein gutes altes Mora und zwar hier in der Light My Fire Variante. Das habt ihr auch schon an diversen Stellen gesehen. Da ist halt hinten, zack, einfach ein Feuerstein mit drin von Light My Fire. Mittlerweile heißt dieses Messer nicht mehr Light My Fire, sondern das heißt Mora Spark, meine ich. Ist das gleiche in grün, aber es gibt wohl diese Kooperation mit Light My Fire seit ein paar Jahren nicht mehr. Deswegen gibt es nicht mehr dieses exakte Messer mit dem, ja, Light My Fire Feuerstahl. Aber letztendlich ist das Mora Spark wirklich genau das. Also da kann man nichts falsch machen. Und mit Mora kann man sowieso nichts falsch machen. Schöne Spitze, Scandieschliff mag ich sehr gerne. Als zusätzliches Messer fürs Grobe habe ich einfach nochmal, zack, ne, wer kennt es, das gute alte Glock. Das ist natürlich nochmal ein ordentlicher Hauer, da kann man auch mal ein bisschen gröbere Aufgaben mitmachen. Das ist also wirklich als Werkzeug hier mit bei, um einfach etwas gröbere Arbeiten machen zu können. Ich habe auch ein Beil mit in diesem Gesamtset, nicht hier, aber in den anderen Teilen. Das heißt also, auch da könnte ich das ergänzen, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt länger in die Wildnis, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Habe ich schon ganz oft gesagt, dass das kein Szenario ist, was ich für sinnvoll oder wahrscheinlich halte, dass man sich in die Wildnis in Anführungsstrichen schlagen muss, denn Wildnis haben wir in Deutschland nicht. Das ist für mich also einfach nur, wenn ich unterwegs bin und ich möchte irgendein Messer haben, ich spalte ungern mit dem Mora, wenn ich mal für den Hobokocher zum Beispiel irgendwas spalten möchte oder ich möchte mir ein Wärmefeuer machen oder ich bin vielleicht gerade mit dem Auto in Schweden und möchte mir da irgendwas machen und meine Ausrüstung ist von einem Elch gefressen worden. Ich habe, glaube ich, schon an mehreren Stellen deutlich gemacht, dass diese Extremszenarien natürlich absolut unwahrscheinliche Szenarien sind. Deswegen will ich halt auch immer diesen Doppelnutzen haben, denn der ist für mich einfach extrem wichtig, weil ich jetzt nicht nur irgendwie so einen riesen Stock an Ausrüstung hätte, um zu sagen, oh, im Falle eines Notfalls, da verwende ich das. Sowas wie Erste Hilfe oder jetzt auch Pannensachen und so weiter, klar, die sind halt explizit nur dafür da. Wenn man halt irgendwie, man kommt an eine Unfallstelle, was im Auto oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist, natürlich häufiger passieren könnte. So, oder was heißt häufiger, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach eine größere. So, aber dieses ich muss mich in die Wild schlagen Szenario, so wie gesagt, das ist eh Quatsch, aber so dieses ich muss jetzt 50 Kilometer plötzlich zu Fuß unterwegs sein und mir zwischendurch ein Eichhörnchen jagen und über meinem Hobokocher rösten und weiß der Teufel, das ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen diese Doppelfunktion. Nichtsdestotrotz möchte ich, wenn ich mein Auto zurücklassen muss und irgendwo durch möchte, denn das habe ich beim Get-Home-Back schon gesagt oder bei dieser Intro und das ist das, was mir an diesem Set so wichtig ist. Deswegen ist das halt einfach auch sehr umfangreich. Mir ist es wichtiger, zu meinen Lieben hinzukommen und die gegebenenfalls aus der Scheiße rauszuholen, als dass ich, wie beim Bug-Out-Back oder so zum Beispiel mich irgendwie ab in die Wicken oder sonst wo irgendwo hin. deswegen das Bug-Out-Back habe ich so eine zwiegespältige Meinung zu. Das kommt auch noch die, also da kommt auch noch Video zu, auch mein Verständnis davon und mein Konzept zu dem Ganzen. Ihr kennt mich, ich mache die Sachen gerne so einen ganz kleinen Tuck anders. Get-Home-Back ist für mich tatsächlich eine Sache, die mir wichtiger ist in dem Sinne, als dass ich, wie gesagt, zu den Menschen, die mir wichtig sind, hin möchte. Und da möchte ich keine Hindernisse haben und ich möchte, wenn da Hindernisse sind, diese Hindernisse beseitigen können. Egal, welche Art Hindernisse das Ganze ist. Deswegen ist es mir da wichtig, wirklich möglichst viele Optionen zu haben, um mich da auf den Weg machen zu können. Deswegen ist dieses Set auch so umfangreich und da habe ich tatsächlich noch mehr am Hinterkopf so dieses Vorsorge-Gedanke, dass wenn, wie gesagt, ich bleibe jetzt beim, das ist immer so ein schönes Beispiel, weil es am realistischsten ist, dass es halt einfach ein Stark- oder Extremwetterereignis ist. Es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die den Klimawandel anzweifeln, wo ich mir denke, wie kann man Fakten anzweifeln, aber gut, das ist ein anderes Thema. Deswegen habe ich, so habe ich es glaube ich genug oder eindeutig genug erklärt, halt ganz gerne auch noch mal einen Glocken mit dabei, also einfach, das Kampfmesser, das gute alte, das ohne die Raspel hinten dran. Ich mag diese Raspel nicht, ich meine mit der Raspel, das ist keine Säge, ganz wichtig, das ist, das verwechseln die Leute, man denkt, das wäre eine Säge. Nein, die Version mit der Zahnung hinten ist nicht als Säge konzipiert, sondern als Raspel. Damit kann man sich beispielsweise, kann man sich beim Holz ganz gut oder ganz okay so ein bisschen Holzspan runterholen, das ist aber auch durchaus dafür gedacht, beispielsweise bei Fenstern reinzustechen, also jetzt Autofenstern, nicht Glas, und halt damit das mit aufreißen zu können oder so welche Sachen, also das ist fürs Grobe gedacht. Ich mag es nicht und deswegen habe ich halt einfach die Version mit dem glatten Rücken. Ist ein Messer, was ich tatsächlich sehr wenig verwendet habe, ihr seht ja auch noch, dass der Lack da tiptop aussieht, das habe ich eine Zeit lang auch zum Angeln mitgehabt, da taugt es auch hervorragend, weil, um mal dazu bleiben, ihr habt eine richtig schöne Spitze, das heißt, da lässt sich wirklich gut der Fisch, also der Herzstich mit setzen, wobei für die meisten Fische ist das halt einfach hart übertrieben, aber wie gesagt, ist das ein Werkzeug, das ich für verschiedene Zwecke gerne mit dabei haben wollte. Jetzt nähern wir uns tatsächlich so langsam dem Ende und zwar habe ich noch einmal zwei Arten von Licht, nämlich einmal eine stinknormale, gute alte Stirnlampe, wo ich regelmäßig natürlich die Batterien wechsel, das ist auch eine Lampe, die ich sehr lange Zeit in Verwendung hatte, die mir auch sehr gut taugt, habe ich Rotlicht und Weißlicht, das ist die Black Diamond, habe ich euch, nee, habe ich kein Video zu gemacht, zu ganz viel Ausrüstung, die ich habe, mache ich auch keine Videos, ich mache ja nicht zu allem Scheiß, was ich suche, wenn den Video, außer ihr wollt das gerne, aber hierzu mache ich keinen, zwar zu Lampen, ich bin hier so der Fan von Lampenvideos, Stirnlampe wollte ich auf jeden Fall haben, weil es ist immer ganz gut, die Hände frei zu haben, wenn man unterwegs ist und wenn man irgendwo langlaufen muss, ist Licht essentiell, deswegen auf jeden Fall eine Stirnlampe, eine weitere Taschenlampe, die ich hier jetzt gar nicht mit dabei habe, die ich aber in dem Fall auf jeden Fall mit dazu tun würde, ist eine, die ich im Fahrraum mit habe, also vorne direkt, ja, in Handreichweite, weil manche Sachen möchte ich halt nicht irgendwo hinten haben, sondern manche Sachen möchte ich direkt, wenn ich aus meinem Wagen aussteige, sofort zur Hand haben, das heißt, da habe ich einmal griffbereit meine, das ist eine Olight, die gibt es so auch nicht mehr, das ist so eine mit so einem Knick nach vorne, die finde ich sehr, sehr cool, habe ich jetzt aber für meine, für draußen so auch nicht mehr verwendet, ist mit einem Akku, das heißt, die lade ich dann auch regelmäßig immer wieder auf, packe sie wieder an ihren Platz und dann habe ich sie auch, die gehört für mich definitiv auch mit dazu, dass ich, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs wäre, würde ich mir diese Lampe eben auch schnappen. Vorne in meinem Wagen kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, habe ich da nochmal mit drin, ist für mich auch so eine Sache, die ich tatsächlich immer im Fahrraum so habe, ist nochmal ein Fernglas, da habe ich eins, 8x30 von Wixen und das ist auch ein sehr gutes, tatsächlich hat eine schöne, ja hat wirklich eine schöne, schöne Klarheit und funktioniert gut und ich will halt gerne ein Fernglas im Wagen haben, das wäre auch was, was ich tendenziell mitnehmen würde in dem Rucksack, wenn ich mich jetzt nicht zu Campingzwecken, sondern zu einem Notfall, wie auch immer, aufmachen müsste, weil es, wenn es einen Notfall gibt, ist es vielleicht nicht verkehrt, ein paar Meter weiter gucken zu können, ob da vielleicht die Straße oder der Weg oder was auch immer versperrt ist, durch irgendwie ein Ereignis oder eben nicht, also was weiß ich, Bäume oder Boden ist auf, überschwemmt oder was auch immer, wie gesagt, die letzten Jahre haben mehrere Möglichkeiten gezeigt und ja, da finde ich es einfach nicht verkehrt, das nochmal zusätzlich zu haben und natürlich auch da der Doppelnutzen, ich möchte halt einfach hin und wieder einfach Tiere beobachten oder so, wenn ich irgendwie irgendwo vorbeifahre und ich sehe, da ist irgendwas auf der Wiese oder so, dann zücke ich ganz gerne mal das Fernglas und beobachte das aus dem Auto heraus. Eine weitere Lampe, die ich hier drin habe, so rein eigentlich aus Gemütlichkeitsgründen so hundertprozentigen Sinn hat sie tatsächlich nicht, das ist einfach auch so ein Stück Ausrüstung, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren habe und tatsächlich sehr wenig verwende, aber eine Kerze ist nie verkehrt, deswegen habe ich hier die gute alte Ukulaterne, das ist halt auch eher so im Campingbereich, die würde ich mir zum Beispiel bei meiner Kofferraumklappe, die geht hinten quasi wie so ein Dach auf, ganz normal als Klappe, da kann ich mir das hier schön ranbinden und habe dann so ein schönes, ja so einen schönen Kerzenschein einfach, habe da auch nochmal so ein paar zusätzliche Kerzen, ist auch wieder nicht schlecht, kann man gegebenenfalls unterstützend, um Feuer zu machen, man hat ein kleines Licht für sich und das ist auch ein angenehmes Licht, denn man darf bei all diesen Dingen nicht vergessen, wenn tatsächlich mal so ein Notfall eintreten sollte, für den man sich das zusammengestellt hat, man kann sich auf alles vorbereiten, was Ausrüstung und so weiter eingeht, man kann sich aber nur ganz bedingt darauf vorbereiten, wie man selber in dieser Situation reagiert. Das ist für alle Bereiche ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man in dieser Situation nicht gewesen ist und man vielleicht, man war zu zweit unterwegs, hatte einen Unfall irgendwo und der Nebenmann hat es vielleicht nicht geschafft, wie auch immer, also einfach wirklich eine schlimme Situation, will ich jetzt gar nichts ausmalen oder so, aber einfach eine schlimme Situation, dann kann man im Vorfeld nur ganz bedingt vorhersehen, wie man selber da reagiert und um an den Bogen zu kriegen, manchmal kann ein kleines Licht oder ein Kerzenschein oder irgendwas, was ein Stück Gemütlichkeit, Sicherheit, wie auch immer bietet, einfach für den Kopf auch nicht schlecht sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut genug erklären konnte, was ich damit meinte, das würde einen nicht darüber hinweg trösten, aber manchmal ist es gut, ein paar Sachen zu haben, die einfach einen vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, einen positiven Effekt haben können. Wie gesagt, jetzt bei irgendwas ganz, ganz, ganz Dramatisches passiert ist, wird so eine Lampe keinen Effekt haben, aber ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich in etwa meine und auch natürlich immer nur in Grenzen betrachtet das Ganze. Aber das ist halt auch, ja, für diese Lampe nochmal so ein Punkt, wo ich sage, das ist so ein Gemütlichkeitspunkt, den ich mit dabei haben möchte. Zuletzt habe ich, das habe ich jetzt einfach mal in dieses Setting mit reingepackt, also das ist auch so ein Ding, wenn ich spontan angeln gehen möchte, so um es einfach mal kurz zu sagen, da habe ich halt eine Angel hier drin, das ist jetzt momentan tatsächlich auf Ansitz ausgelegt und ich habe hier so ein paar Köder drin, also zum Spinnenfischen, paar Blinker, paar Spinner und so weiter und so fort. Ich habe in meiner Verbrauchsbox habe ich auch noch so ein bisschen Mais und sowas drin, das habe ich primär da drin, also ich gehe nicht davon aus, dass ich da in eine derartige Survival-Situation käme, dass ich mal woanders einen Fisch fangen müsse, das halte ich für unrealistisch, mal abgesehen davon, dass ich andere Sachen dafür dabei habe, um mich zu versorgen, aber wenn ich spontan campen und oder fischen gehen möchte, habe ich da halt einfach auch die Option, wie gesagt, also ihr könnt da ein Trinkspiel draus machen, Doppelfunktion, ich sage es wieder, es gilt natürlich auch hier, dass ich da einfach möglichst flexibel unterwegs sein möchte. Das Schöne ist einfach, dass der Rucksack jetzt noch nicht proppenvoll ist oder so, das heißt, ich habe jetzt wirklich hier oben noch Platz, dass ich beispielsweise die Luftmatte eben noch mit reinpacken könnte, wenn ich möchte, möchte ich aber nicht oder ich kann da einfach noch Kälteschutz mit reintun oder ich kann da was zu essen mit reintun, ich kann Wasserflaschen mit reintun, wobei der Rucksack, ihr kennt den Rucksack schon, da habe ich zwei Videos zu gemacht, einmal das ursprüngliche Review-Video und einmal von wegen Nutzung nach vier oder fünf Jahren, was jetzt auch schon wieder zwei Jahre her ist, also wir haben jetzt schon sieben oder acht Jahre, keine Ahnung, ihr kennt den Rucksack, hier sind nochmal Seitentaschen, da kann ich Wasserflaschen mit reintun, da kann ich aber auch zum Beispiel die Angel schön mit befestigen, so, einfach hier an der Seite unten in die Tasche mit rein und dann die Kompressionsriegen, um festzuhalten, das funktioniert also auch hervorragend und ich kann natürlich auch an der Seite mit Molle alles Mögliche anbringen, was ihr im nächsten Teil sehen werdet, warum das für mich auch nochmal interessant ist und was ich da gegebenenfalls an die Seite packen möchte. Jetzt soll es das für diesen Bereich aber erstmal gewesen sein, ich denke mal, das war lang genug, gefühlt ist auch das schon ein sehr langes Video geworden, ihr könnt euch also vielleicht vorstellen, warum ich das in mehrere Teile aufsplitten wollte und nicht alles in einem riesigen Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne ab in die Kommentare damit, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort, dauert mal einen Tag länger oder weniger, aber ich schreibe euch auf jeden Fall zurück, auch wenn ihr mir über die Homepage, über meine Homepage schreibt und da irgendwelche Fragen habt, gibt es auch auf jeden Fall Antwort, wie gesagt, dauert mal länger, mal weniger, aber es gibt auf jeden Fall eine Reaktion. Gerne könnt ihr natürlich auch schreiben, wie ihr das Ganze handhabt, ich weiß, dass der ein oder andere das absolut unsinnig findet, das bliegt in der Natur der Sache, jeder hat unterschiedliche Meinungen, deswegen sollte man auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren und respektieren, jeder macht das so, wie es für einen passt, peng, und so ist es dann auch in Ordnung. So, jetzt soll es das gewesen sein, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart. Musik